Hallo, ich bin der Gerhard Rieder, ich bin Produktmanager bei der Fischer Sports. Ich bin hier, um euch das neueste geschlechtsneutrale Skikonzept Skis for Skiers näher zu bringen. Skis for Skiers ist unser geschlechtsneutrales Konzept, wo wir keinen Unterschied zwischen Damenprodukten und Unisex-Herrenprodukten machen. Unsere Marktforschung hat uns gezeigt, dass ambitionierte und sehr gute Skifahrerinnen exakt das gleiche Material, die gleichen Technologien suchen wie bei den Herren. Und sie wollen natürlich auch das gleiche Performance-Level haben. Sie wollen nicht downgegradet werden, wenn es um Technologien und um Performance geht. Also sie wollen exakt das gleiche wie die Herrenwelt. Das heißt, wir wollen Ski für Skifahrer machen und nicht für verschiedene Geschlechter. So, was machen wir? Wir haben an ausgesuchten Modellen aus unserer Inline-Kollektion eine zweite Farbstellung an. Diese zweite Farbstellung ist von Damen ausgesucht und designt worden, hat aber am Produkt die gleiche Technologie wie das vergleichbare Unisex-Produkt. Ihr setzt das zum Beispiel hier im RC4-Bereich. Basierend auf dem World Cup SC gibt es diese Farbstellung. Basierend auf dem DTX und dem DT in der Curve-Serie haben wir diese zwei Farbstellungen. Dann gibt es noch in der RC1-Serie, basierend auf dem 82er und dem 78er GT, eine zweite Farbstellung. Auch im Freeride-Bereich Ranger FR 192 in der zweiten Farbstellung und im Turmbereich auf Transat 86. Und zwar hat auch zur Konstruktion eine zweite Farbstellung. Also diese Farbstellungen sind nicht nur für Damen gemacht, natürlich auch für die Herren, wenn sich jemand in dieser Farbewelt wohlfühlt. Es ist jetzt bei euch, welche Farbe ihr wählt. Und ich wünsche euch viel Spaß mit unseres Skis für Skiers Produkten. Und ich wünsche euch viel Spaß mit unseres Skis für Skis für Skis.